hallo liebe leute hier habe ich von amazon eine leder laptop tasche zum testen bekommen die leder tasche ist wirklich sehr sehr schön es fühlt sich auch sehr schön weich an und die qualität ist wirklich sehr 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 gut also es ist ein ziemlich dicker leder tasche also keine dünne billige hier sondern es ist wirklich sehr schön und hier sieht man die ganzen nähte diesen 100 prozent sehr gut vernäht wurden also ich erkenne hier überhaupt keine fehler oder irgendwelche billige verarbeitung und hier sieht man alles den mieten und alles hier wie man sieht ist aus metall also keinem billige metall hier dünne metas und richtig schön dick und robust innen drin zum beispiel auf dem leder trageriemen ist oben leder innen drin textil also eher aus kunststoff und damit das stabile ist und der tragegriff selbst natürlich wieder aus komplett aus leder und genauso hier sieht man auch die mieten und alles ist alles aus metall hinten hat die tasche noch mal einen fach und da könnte man zum beispiel auch ein paar sachen reintun wie die dokumente und andere sachen natürlich auch also finde ich super die tasche finde ich sehr 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 gut und ich würde hier so fünf steine geben wenige geht es hier überhaupt nicht und die tasche ist natürlich hier genauso dick hinten wie vorne und innen drin ist es natürlich gefüttert mit einem textil also einem kunststoff textil eigentlich also keine bauwolle und hier sieht man zum beispiel ist es auch aus metall nicht aus plastik und wie gesagt aus richtig gutem metall sehr dick kein billig metall hier und hier sieht man noch mal die nähte richtig schön genäht und innen natürlich hat man die tasche mit reißverschluss sobald man es aufmacht ist reißverschluss oben und das lässt sich auch sehr sehr gut auf und zu machen der reißverschluss und innen drin hat man einen fach vorne gleich mit einem klettverschluss und finde ich natürlich super sehr schön das geht leicht auf und vorne hat man natürlich noch mal diesen fach in diesem fach hat man noch mal einen kleineren fach mit reißverschluss also man hat genügend fächer hier muss ich ehrlich sagen also da fehlt nichts und deshalb also meine bewertung ist hier fünf sterne ein daumen hoch ich kann das nur weiterempfehlen es ist zwar ein bisschen segnittert aber es macht eigentlich nichts sobald man in sein laptop und sachen rein tut das geht nach ein paar tagen alles weg da muss man nicht unbedingt irgendwelche zeitungen rein füllen und so gefüllt lassen sobald man seine sachen da rein tut das geht automatisch von alleine eigentlich dass es sich wieder in best form die tasche wieder repräsentiert